Hey ho und willkommen zum Borderlands. Dann viel Spaß und rein. Freunde, naja, wir verhalten uns zivilisiert. Ich suche nach meinem vierten. Ich weiß nicht wann oder wo ich ihn treffe, aber es gibt ihn. Fürs Erste finde ich meinen Spaß darin, auf diese Weise Schmerz zuzufügen. Oder auf diese. Und am Ende lebt mich das Publikum für meine Brutalität. Ich bringe es dazu, mehr Schmerz zu wollen. Ich werde grausam sein und meinen Spaß haben. Wenn es das nicht mehr bringt, suche ich mir ein neues Spielzeug. Bis dahin. Ist auch nicht anders als in einer Ehe. Vielleicht ist das Kolosseum auf gewisse Art mein vierter Mann. Und damit sind wir in der Underdome. DLC angekommen. Wie man da schon sieht, das wird so ein Arena-Dinke. Ich bin gespannt, wie das so wird. Wollen Sie die Projektile mit Highspeed verschießen? Dann hat Vladov genau das Richtige für Sie. Erwerben, um die Anzahl deiner Bank-Slots auf 30 zu erhöhen. Auf 33. Uh. Kaufen. Kaufen. Oh, ich habe schon mehr. Ich habe schon 42. Zählt das trotzdem? Verstehe ich nicht. Wenn du erst auf genügend Beste hintriffen, wirst du froh sein, das Beste gekauft zu haben. Was haben wir hier? Ja, das habe ich ja. Muni habe ich ohne Ende. Binnenüberhandlung brauchst immer reinspaziert. Ja, natürlich. Aha. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie haben wir denn hier? Markus der Zweite. Markus der Dritte. Cashier. Uh. Oh, hallo. Markus der Fünfte. Markus die Vierte. Hi. Ach du Scheiße. Was geht denn bei dir? Bank. Oh, eine Bank. Eine Bank. Ja. Lagern. Lagern, 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 lagern. Ich, ich, ich bin begeistert. Und direkt 28 von 33, äh, voll. Ein Lager, das ist schön. Ah, da muss ich dann immer wieder hierher, um aufs Lager zuzugreifen, würde ich vermuten. Na gut. Äh, wir gucken mal. Schönen guten Tag. Piss auf. Da geht's lang. Da geht's lang. Hier ist nichts. Hellböhrbier. Okay. Gucken wir gleich. Das ist wahrscheinlich schwarze Brett oder so. Was haben wir hier? Hallo, ihr Lieben. Ja. Ähm. Okay, wir haben verschiedene, äh, Arenen. Okay, wir gucken mal da dran. Ich denke mal, das hier ist der Auftraggeber. Beweise dich. Bände fünf Runden in jedem Kolosseum. Um längere Turniere absolvieren zu können, musst du dich erst beweisen. In denen du in allen, äh, Kolisseen, ähm, fünf Runden überstehst. Stehe. Jetzt sind sie offen. Ja, dann. Nummer eins. Ich. Okay. Dann seh dir das an. Okay, die sind auf 40. Ich denke mal, angepasst an mich. Und wieder beißt einer ins Gras. Ja, möchte auch sein. Eine ziemlich große Arena. Und ich krieg keinen Gegnermarker. Doch, fäng ich. Okay. Okay. Nachschub eingetroffen. Okay, was auch immer das ist. Leben oder sowas. Ich. Ach du Scheiße. Mit Modifikation. Okay, okay, okay. Offensichtlich. Ich sehe nicht alle. Wo ist denn hier noch jemand? Da. Okay, Muni und Leben. Mehr gibt es nicht, glaube ich. Loot vielleicht erst zum Abschluss. Was wirst du tun gegen die Hornbälle? Fuck. Alle Augen auf Lilith. Die macht alle Jungs fertig. Da kommt Ruhr. Ihr seid Ausschussware. Ja. Habt ihr euch eine tolle Show versprochen, oder ja? Was sagt man dazu? Am besten nichts. Nachschub. Schön, Muni. Leben ist noch gut. Unterbrechung. Runde 1 von 5. Runde 1 von 5. Hier kommen die Badasses. Shit. Sind das jetzt nur Badasses? Der ist noch draufgegangen. Ich bin jetzt noch draufgegangen. Lelles ist brandgefährlich. Jawohl. Dann zeigt er euch. Du schreibst. Bist du grausam? Hoh, hoh, hoh. 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 Okay. Welle 5. Boss-Wähler. Shit. Tom. Jawolle. Echt jetzt? Das ist meine Belohnung. Oh mein Gott. Du machst nicht steinreich, wenn du so weitermachst. Aha. Jetzt in der Runde 37. Ja, ist klar. Sieg. Und du? Seid ihr bereit? Ich glaube nicht. Seid ihr bereit? Wingen des Todes. Getaktet. Gegnerische Schilde regenerieren sich schneller. Na klar. Was sonst? Oh, ich soll aufhören. Los, die nächste Welle! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Sein. Ojebnis. Proflig, Dodd. Da müssen noch welche sein. Da muss noch einer sein. Okay, Leben und Muni. Gegner bewegen sich schneller und laden schneller nach. Ja, danke. Oh scheiße, Landsmarine. Ich glaub du hast ihn gekitzelt. Na ja, wie man es nimmt. Au. Manni, nochmal so eine Scheiße. Ist ja frech. Ja. 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 Okay. Schön, schön, schön. Aha. Muni, Muni. Shotguns bewirken höheren Schaden. Alle anderen Waffen. Na, super. Ich hab keine Schrotze einstecken. Und der Armlauf Lillith, die macht alle jetzt fertig. Ja. 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 So. W Mamal. Ja. Ja. Und der Mechaner stellt sich hier in den Weg. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe es mir wirklich verdient. Mist, keine Heilung. Gesundheit der Gegner regeneriert sich. Ja gut, das kann ich mit leben. Ja. Ja, gut. Ja. So weit, so gut. Oh, wo ist der Badass? Und wieder Platz bei dem, der Schädel. Hab ich den Badass nicht gesehen oder? Oh, okay. Okay. Warte mal, ist der jetzt geblieben einfach? Was seh ich, wollt ihr einen Hammer-Fight? Hier ist der hammerartige Slitch! Und das mit dem Leben regeneriert sich. Na super. Ja! Jawohl! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na geil Da hat sein Kopf verloren Ein bisschen so Ein bisschen weggekokelt So, da haben wir noch ein bisschen Ja, immer Hörer Schaden von den Gegnern, das ist schlecht Und die teilen mehr Schaden aus, ja fick dich Lelis ist brandgeschirrlich Shit Okay, okay What the fuck What the fuck What the fuck Und das ist ein bisschen nahe Schäfft, aber du kennst die Badass-Welle nicht Ausgut Ist ein bisschen aus, ja